Hallo an alle von Disneyland Paris. Ich habe vielen, vielen Leuten gesagt, dass es so versteckte Gems in dem Park gibt. Sachen, die man eigentlich nicht kennt. Womit man sollte die doch kennen. Und zwar eine Sache ist, dass ich frage immer die Leute, wisst ihr das, da gibt es eine Bank in Disneyland Paris, eine echte Bank. Und die sagen, nein, das ist ein Geldautomarkt, aber das ist keine Bank. Aber nein, da muss man nur zur Liberty Arcade gehen und da finden wir eine Bank. Es ist ein bisschen verstecklich, gibt es so, aber schau mal, hier ist er. Habe ich gesagt. Ich gehe noch mal durch den Park, vielleicht finden wir ein paar andere versteckte Sachen, die man nicht unbedingt kennt. Bis später. Hallo aus Disneyland Paris. Ich habe hier so eine kleine, versteckte kleine Gem, das man nicht unbedingt kennt. Und zwar, ich frage immer die Leute, weißt ihr das, da ist eine Bank in Disneyland Paris. Und ich sage immer, nein, da ist eine Maschine, da kann man Geld abholen. Ich sage immer, nein, da ist eine echte Bank in Disneyland Paris. Aber niemand weiß, wo es ist. So, ich habe decided, ich zeige euch das. So, jetzt fange ich von vorne an. Mach mal aus. Vielen Dank. Vielen Dank.